Hey, hier ist Daniel von Welt&Wir und ich möchte dich recht herzlich einladen am 18. April zur großen Themenschau Faszination Erde. In diesem besonderen Livestream gehen wir nicht nur an die Ränder unserer Erde, sondern buchstäblich durch Himmel und Hölle. Dazu haben wir uns ins Studio spannende Gäste eingeladen. Mit ihnen gehen wir den Geheimnissen unseres Planeten auf die Spur. Was macht unsere Erde so einzigartig? Was sind die Wunder unseres Planeten und was ist die Faszination des Reisens? Auf uns warten rund zwei Stunden überraschende Antworten, grandiose Aufnahmen, packende Geschichten und persönliche Reiseabenteuer. Und wir gehen der Frage nach, was macht die Faszination Erde aus? Nach dieser Show wird auch der letzte Zuschauer verstanden haben, warum wir unsere Erde lieben sollen. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.